Für mich gibt es keine Verbote beim Essen. Wenn ich nasche, dann aber bewusst. Wenn ich das Richtige esse, habe ich die bessere Ausdauer. Wenn ich viel laufe, dann esse ich gern was Leichtes. Dann mag ich nichts Deftiges. Was ist eine ausgewogene Ernährung für pflanzliche Lebensmittel? Die Hälfte der Lebensmittel, die wir täglich essen, sollte aus Obst und Gemüse stammen. Ein Viertel aus stärkerhältigen Lebensmitteln wie Getreide und Kartoffeln und das letzte Viertel aus eiweißreichen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten, fettarmen Fleisch, Fisch und Milch und Milchprodukten. Die Hälfte der Lebensmittel